Maschine zum Beispiel Und dann gehen wir doch mal hier rüber Setzen hier den Schnorchel ins Wasser Na komm Machen da direkt die Die ganzen Maschinen dran Ist hier irgendwo Kohle in der Nähe Ne, muss ich jetzt echt von da oben rüber bringen Ja, geilo Egal, ähm, und die Dampfmaschinen auch direkt hier dran Weil wir wollen ja auch Na, Zukunft direkt bald mal Strom an der Sonne, ne So, auch die mach ich mal eben fertig Pflanze ich mal direkt Hier so einen hin Hier müssen wir gucken, weil hier muss ich natürlich die Greifarme Die elektronischen versorgen dann auch Die elektrischen So, führe ich mal hier rüber Und wenn man gedrückt hält Dann führt der auch automatisch immer so weit Wie der Abstand maximal geht So, was brauche ich denn noch Äh, das kann ich erstmal Schon mal irgendwo hier aufbauen Hat zwar jetzt keinen Strom Ne, aber das ist auch Latten Kriege ich das ja gleich So, was brauche ich denn noch Äh, ganz viele Fließbänder Genau das war's, ne So, und ich könnte ja mal Wenn ich ja eh hier noch die befeuerten Greifarme hab Mal schon mal das automatisieren Hier ein bisschen weiter Brauche ich Kommt sowieso auf mich zu, ne So ist ja nicht So, was brauche ich denn hierfür eigentlich noch Kann ja nicht so viel sein, ne Und ich habe ja eigentlich Kohle Ich könnte ja eigentlich mal ein bisschen Kohle da drüben reinlegen Äh, dann, äh Kann ich ja schon mal anfangen hier Der Strom, ne Dann komme ich auch schneller voran So, zack Wird immer ein bisschen weniger von Ding zu Ding Aber ist ja egal Weil ich will am Ende auch noch so ein bisschen was überhaben Okay, hier haben wir jetzt schon Strom Ja, das sieht gut aus Jetzt seht ihr auch hier oben Äh, mein Labor am Forschen Das ist schon mal sehr nice Äh, er hat noch keinen Strom hier So, und dann kann ich nämlich auch direkt die eigentlich mal austauschen Äh, so machen wir das mal eben Ich mache mal hier noch so eine Reihe hin Die hier hinten zu einer Kiste führt Wo dann immer die fertigen Sachen erstmal drin liegen Ne, Eisenkiste So, die ist ein bisschen größer Mache ich mal direkt Zack Dann kann ich mir ja jetzt erstmal noch alles so hier rausnehmen, ne Guck mal, der ist schon zum Beispiel schon Jetzt schon zu langsam, um das zu machen So ein Lappen, ja Äh, Insurter brauchen wir mal direkt noch einen Zack Zack Der macht das dann schon hier Komm, kriege ich dafür noch einen Dankeschön So, weil dann spart man sich nämlich diese zusätzliche Versorgung nochmal Äh, mit Kohle, ne Die braucht man dann zum Beispiel gar nicht mehr da hinlegen So, der hat noch Kohle gekriegt von mir Der kriegt das, das Hier noch zwei hingeklabustert So, mal Ja, jawoll Und noch ein paar Greifarme und das kann erstmal noch hier weg Denn Ich muss Ich hab ja jetzt schon hier welche höher gebaut Macht ja gar keinen Sinn sonst, ne Hier auch wieder alles auszulagern So, aber Erstmal brauch ich ja noch Kohle Und deshalb werde ich jetzt mal gucken Ähm, dass ich die Kohle einmal hier rumführe Und dann quasi wieder zurück Ne, dann, äh So, was hat der denn hier Äh, dann, dann kann ich die quasi ja direkt hier mit einbringen In diesen Cycle, ne Weil hier brauch ich sie ja in dem Fall noch Später gibt's halt auch elektrische Öfen Braucht man die nicht mehr Jetzt brauch ich's noch Okay, ähm Das forscht jetzt erstmal gar nicht Das macht das erstmal so Äh, wie machen wir's denn am blödsten Ich würd fast sagen Ich mach jetzt erstmal hier So Hier so ein Kranz drum Da können die sich dann gegenseitig befeuern hier Aber ich brauch noch mehr davon So, komm, mach mal hier Hau mal rein Kollege Bratwurst Äh Das kriegen wir schon hin hier Das machen wir So, ach ne Den nicht dahin 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 Zack Zack Dahin 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 So, dann brauchen wir hier Äh, hier so ein Telefonmast, ne Zwei Stück Damit halt auch alles dahin passt So Der ist auch gut bestückt gewesen Was hat denn hier? Long Insurter brauche ich nicht Der kann dann über eine längere Distanz greifen Also das brauche ich erstmal nicht So, der feedet den Der feedet den Machen wir mal so Würde ich sagen Dann haben die immer genug Äh Und Der Rest Fände ich halt besser Wenn das dann direkt hier runter geht So, ne Können wir ja eigentlich Ja, hier mit drauf bringen So machen wir halt auch Ähm Ich mach das jetzt erstmal hier so So einfach Ich brauch aber noch mehr Gib Keine Zeit So, äh Aber das muss ja ganz hier vorne hin Äh Dann, ja gut Dann führe ich den halt hier rum Na komm Wau mal Brauch ich den? Ja, den brauche ich auch Jetzt hab ich natürlich nix mehr hier, ne Komm Mach noch mehr Zack Haben wir Und dann können wir hier auch Quasi so Die Kohle mit aufbringen, ne Wenn wir denn hier oben Einen Greifarm einbauen Ne, der das macht So Zack Der schmeißt jetzt hier drauf Hier mach ich auch nochmal Einfach so einen Befeuerten hin Weil erstmal hab ich ja nicht so eine dicke Kupferproduktion Und, äh Das wird erstmal reichen Aber ich könnte hier natürlich noch Vielleicht noch einen hin machen Dann, so Dann Ja, mach ich auch Mach ich auch Die müssen halt mal ein bisschen schneller produzieren Äh Und später Muss ich ja sowieso hier an die dicken Elektro Äh Elektrischen Erzförderer Mal ran Näch So, äh Und jetzt braucht erstmal jeder von diesen Dingern hier einen Arm Wie viel Elektrizität hab ich denn eigentlich? Da hab ich genug Äh Ach guck mal Einen den Säuter hab ich sogar noch Und der holt das hier raus Und packt das dann einfach da rein Damit das auch nie volllaufen kann Quasi, ne So Und Ne, der passt noch So Und jetzt müsste der Kollege das eigentlich alles einräumen Und dann hab ich hier Kann man alt drücken Quasi Äh Ne Kiste Wo dann all mein Eisen ankommt Brauch ich immer nur noch da hingehen Ne So Einen brauchte ich noch, ne Einen brauchte ich noch Ja Einen brauchte ich noch So Dann ballern wir mal hier hin Jetzt ist ja quasi erstmal hier die Eisenerz Scheiße automatisieren, ne So Wieso kriegt der denn nix hier? Achso Ja den könnte ich natürlich eigentlich auch noch Automatisch hier So Geht mal her Ganz schön ernüchternd wie wenig Eisenplatten da rauskommen Aber passt schon Aber hier oben kommen Hier kommt auch so wenig raus Ich muss mich jetzt drauf konzentrieren einfach hier Das hier zu kriegen Und dann ist gut So Äh Was brauch ich denn? Eisenplatten Immer ganz viele Eisenplatten Gib doch mal Freunde Ich brauch mehr Ich brauch auch mehr Eisenförderung So geht das nicht Hab ich noch einen? Ja Mach ich einfach mal hier hin Äh Der macht das dann schon Das hatte ich kurz Aufstoßen Krass, ne So Der wird das jetzt rausholen hier Der wird es rocken Der eine Okay Hier sind auch nochmal Eisenplättchen drin Ah Guck mal Einen haben wir schon mal fertig Äh 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 So Äh Wo ist er denn? Achso Boah Ich hab grad schon gedacht Der wäre weg Irgendwie Den basteln wir mal hier dran Borner Strom Hat er Elektrizität ist noch genug Ne Ich kann ja mal kurz gucken hier An so einem Mast Ach guck mal hier Produktion ist so niedrig Und das ist der Verbrauch Also Obwohl Ja Ach genau Ich produziere nur so wenig Ne Ich muss mehr produzieren Stimmt das? Muss ich nur einen bauen? Ja Ich baue noch Dann baue ich noch einen So Äh Warte es hier Da ist überall noch Ne Da ist auch keine Kohle mehr drin In meiner guten Guten Steinkiste Die brauche ich doch So Eisenplatte Hier brauche ich auch nur noch Eisenplatten für Dann kann ich noch so ein Teil bauen Und dann müssen wir mal gucken Dass wir hier mal so ein paar dickere Sachen kriegen Äh Und dass ich auch mal ein paar Sachen automatisiere Wo haben wir es denn? Wo haben wir denn die Automatisierungsgeräte? Äh Da zum Beispiel Dazu brauche ich auch noch einiges Hör mal So teuer sind die? Krass Gib mal Gib mal Ne Ich brauche noch Eisenplatten Wie viele denn noch? Noch 6 Noch 4 Ah Noch 6 Äh Noch 3 Noch 2 So noch Ja komm Jetzt habe ich sie doch alle Eine Montagemaschine So Und diese Montagemaschine Die soll für mich eigentlich Ähm Tränke herstellen Die dann hier quasi automatisiert reingehen Aber ich glaube ich werde mich jetzt erstmal so ein bisschen Um Verteidigung kümmern Weil das wäre vielleicht auch nicht schlecht So Aber Die kann ich ja schon mal hier aufbauen Prinzipiell Ne Dann nehme ich dann zum Beispiel hier Äh Genau Da kann ich erstmal sagen Was die Was das Ding bauen soll Und ich sage dem jetzt halt hier Rote Tränke Dann gebe ich ihm einfach schon mal die ganzen Eisenplatten Die ich hab Ne Und äh Mach dann schon mal so zwischendurch Für den Anfang erstmal hier Schöne Zahnräder Dann kann das Ding das schon mal herstellen Hier Ne Wird das Beste sein So Dann brauchen wir vielleicht noch ein Kistchen War da Ja da Ja nicht das Äh Das Ding still steht die ganze Zeit Das macht ja auch keinen Sinn So eine Fabrik Die still steht Ist ja keine vernünftige Fabrik eigentlich Ne So Äh Das Ding reise ich jetzt mal ab hier Dann mache ich mal das drauf So Zack Das haben wir Und das Ding hier Brauche aber Diese Kupferplatten Und quasi Äh Hier nochmal weiterverarbeitete Und dafür Äh Weiterverarbeitete Und dafür muss ich nochmal So ein Ding bauen hier Mache ich mal Könnte ich eigentlich dann Viel sinnvoller hier machen lassen Der soll lieber das machen Der Dann kann ich nämlich direkt von hier aus Da reinräumen Das nehme ich mal weg Aber guck mal schon Vier Stücke schafft immerhin So Der packt das dann von hier aus In den nächsten Können wir hier noch schön einen reinstellen Und kann ich jetzt eigentlich schon Ne kann ich noch nicht Was ist das denn für ein Scheiß Ja da muss ich erstmal Das hier erforschen jetzt Dafür brauche ich aber 20 von den Tränken Und die kann ich leider jetzt auch nicht Lockerflockig aus der Hose machen Aber Passt schon Passt schon Passt schon So Das Ding Sollte die Tränke machen Dann seht ihr auch Der Arm Der legt schon automatisch darüber Wie viel der brauchen würde Und jetzt müssen ja nur noch Die hier rein Ne Die Platten Und die werde ich Wenn das hier durch erforscht ist Quasi Äh Ne Werde ich die dann Äh Quasi unterirdisch legen Das sieht man auch Ähm Wenn ich jetzt hier mal zeige Hier unterirdisches Fließband Dann kann ich die nämlich hier so drunter legen Und dann kommt von hier einfach Das Kupfer direkt hier an Quasi Ja hier an Ne Ja So sieht's aus Okay Ah Ne Jetzt hätte ich das fast abgebaut So geht's ja nicht Das hier hin Hast schon welche hier Komm wie viel hast du Geh mal Geh mal Geh mal jetzt Aber ich könnte natürlich auch das hier Mal eben mitnehmen Und erst mal hier hinstellen Dann mach ich mir hier noch so ein Greifarm Brauch ich dafür noch Elektronischer Schaltkreis So So komm Noch ein paar Insurterchen So Äh Der kann es dann auch direkt von da aus Wieder darüber räumen Ne Und dann Forscht der quasi automatisch Das ist nicht geil So guck mal Jetzt hab ich auch wahrscheinlich schon genug Hier liegt mir einer drin Wieso liegt hier einer drin Das geht so nicht Achso der liegt hier nur rüber Wenn hier fünf Stück drin sind Boah Ist der blöd Der kann noch mehr reintun Da Aber guck mal Ist ja auch gleich Durchgeforscht Also so lange ist es nicht mehr Und dann kann ich auch hier unten drunter durchbauen So hier kommt genug Kohle an Wie man offensichtlich erkennen kann Ne Äh Und hier kommt gar nichts an Dann werde ich die doch mal jetzt eben versorgen hier So Ach ne ich muss ja schon hier lang Scheiße Machen wir halt so So Und so Und so Dann kann der noch Von hier so Wenn ich hier noch so ein Poller hinstelle Oh guck mal Hier kann ich auch Einen weiter rüber stellen Dann können die beide direkt So der kriegt jetzt Aber jetzt kriegt er immer noch nichts Das ist natürlich Schlecht Ach guck mal Warte mal Der kann doch Hier der kriegt so einen normalen Greifarm Der kann mal hier sich Was geben lassen Erstmal Aber erstmal an sich selber denken Herr Greifarm Ja Mann 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 Was ist das eigentlich hier Das ist eine riesige Wüste Ne Da kann ich Ah da kann man auch schön drin bauen So Ähm Die Forschung läuft Hier die Produktion läuft Das ist auch sehr fein Aber hier kommt natürlich auch Im Prinzip zu wenig Ne Muss man Darf man sich auch keine Illusionen machen Hier müsste wesentlich mehr kommen eigentlich Und auch von der Eisenerzproduktion her Ist das jetzt Auch nicht hier so Der Der Burner Das kleine Ding Ähm Vielleicht soll ich mal hier Auf den gehen Und mal ein bisschen was Neues bauen noch So Das haben wir Vielleicht kriege ich den ja noch Irgendwie mit da drauf Mit den paar Die ich hier noch hab Mit den Fließbändern Aber ich glaub nicht So Ach ne Das ist sowieso Kupfer Ich brauch ja Hier Eisen Brauch ich ja Ne So Ich komme exakt bis hier Relativ weit Ne Relativ nah dran So Geh mal her Hier 16 Stück Kann ja nochmal welche für bauen So Ach ich hab aber auch gar keinen Strom mehr Und ich glaub nicht Dass sieben Stück hier ausreichen werden Oh Das war komisch jetzt Also Hab ich jetzt nicht verstanden Obwohl Jawohl Strom hat er schon mal Kann ich das jetzt noch hier runter bringen So Ich brauch aber noch mehr hier Komm Freunde Ich brauch echt noch mehr Fließbänder Ja So geht das nicht So Wenn ich das jetzt noch da drauf kriegte Ne Das wär geil So So weit ist das ja gar nicht mehr Okay Hier muss ich um die Ecke Hier komm Gib mir nochmal paar Komm Schneller Ist doch erstmal die letzte Folge So Fast Außer ihr habt fleißig geguckt Ne Weil ich hab die Folgen natürlich am Stück aufgenommen Seid mir deshalb nicht böse Und wenn Ich sag mal hier jetzt nicht mehr so viele Views drauf sind So unter 1000 Dann nehmt es mir halt auch nicht übel Wenn das jetzt hier die letzte Folge war Ne Weil muss ich Für mich auch ein bisschen Ich muss auch ein bisschen leben davon Ne So Ich versuch's zumindest So Ähm Zack 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 Das machen wir mal noch hier Ähm Ja Ne Ähm Achso ich kann das ja eigentlich so machen Und jetzt brauch ich noch mehr Gib Das mach ich noch fertig Also das mach ich noch fertig Lass ich mir jetzt nicht nehmen hier So Jetzt brauch ich hier noch einen Und jetzt fehlt mir noch ein So ein scheiß Fließband Zack Und dann kommt jetzt auch von da oben Von der Mine Alles hier unten Erstmal an Wird verarbeitet Wird hier zu tränken Wird erforscht Ne Und dann ist man auch bald ein super Fabrikinhaber Wenn man das dann über diese ganze unendlich große Map Wie bei Minecraft macht Aber gut Leute Wie gesagt Ne Vielleicht erstmal letzte Folge Oder bis zum nächsten Mal Haut rein Tschüss